Schlage jetzt zu beim Black Week Super Sale. All unsere Kurse und Bundles sind stark reduziert. Was sollte man tun, wenn man wirklich absolut keine Lust aufs Programmieren hat und das für einen längeren Zeitraum? Eigentlich hat man eigene Projekte, an denen man arbeiten möchte. Man weiß, dass es noch viele Dinge gibt, die man lernen muss, um ein besserer Programmierer zu werden. Aber die Motivation hat einen Tiefpunkt erreicht. Egal wie oft man versucht, sich dran zu setzen, man hört immer wieder nach 5 Minuten auf, weil man dann doch nicht genug Motivation hat. Und man weiß, wenn das so weitergeht, dann wird man niemals seine Projekte umsetzen und man wird auch niemals zu einem guten Programmierer werden. Was soll man also tun? Darüber möchte ich in diesem Video einfach mal sprechen. Wie bereits erwähnt, läuft aktuell unser Black Week Super Sale. In diesem könnt ihr all unsere Kurse und auch unsere exklusiven Kurs-Bundles, die es nur bei diesem Sale gibt, mit bis zu 85% Rabatt ergattern. Das Ganze läuft nur für kurze Zeit, Link ist in der Videobeschreibung. Was kann man tun, wenn man also motivationstechnisch in einem Loch ist? Zuerst einmal, es kann natürlich verschiedene Ursachen für so einen Motivationsmangel geben. Es kann zum Beispiel sein, dass man private Probleme hat. Oft ist man auch einfach überarbeitet und hat nicht mehr die mentalen Kapazitäten, um in seiner Freizeit noch zu programmieren. Vielleicht wird man in seinem Zuhause auch zu oft abgelenkt, sodass man gar nicht erst die Motivation hat, in den Tunnel zu kommen, denn man wird eh wieder rausgerissen. Oder man ist einfach ausgebrannt von der Sache, die man gerade lernen möchte oder von einem Projekt, an dem man schon sehr lange arbeitet. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Ursachen für einen Motivationsmangel und auf jeden einzelnen kann ich in diesem Video natürlich nicht eingehen. Ich kann dir nur zwei ganz konkrete Tipps geben, die mir persönlich schon oft geholfen haben, wieder Motivation aufzubauen, wenn ich mal selber in so einem Loch war. Und der erste Tipp ist ein ganz einfacher, wenn du aktuell ausgelaugt sein solltest, wenn du nicht mehr die mentalen Kapazitäten zur Verfügung haben solltest, um in deiner Freizeit noch an irgendwelchen Projekten in der Programmierung zu arbeiten, dann gönn dir eine Pause. Wenn du keine Energie hast, dann macht es auch keinen Sinn, dich vor den Rechner zu quälen und trotzdem zu versuchen, irgendwas Produktives zu erreichen. Denn dabei kommt in der Regel eh nichts raus und damit raubst du dir eigentlich nur unnötigerweise noch mehr Energie. Wenn du dir mal eine Pause gönnst von, sagen wir mal, einer Woche und in dieser Zeit in deiner Freizeit nicht an deinen eigenen Projekten arbeitest, dann wirst du sehen, dass die Motivation langsam aber sicher wieder zurückkommt. Bei mir war das immer die beste Art und Weise eigentlich, meine Energiereserven wieder aufzuladen und dann wieder super produktiv an meinen eigenen Projekten zu arbeiten. Das ist also schon mal der erste Tipp. Der zweite Tipp geht in eine ähnliche Richtung, man behält dabei aber Produktivität bei. Und zwar kann es ja passieren, dass wir als Hobbyprogrammierer in unserer Freizeit auch an größeren Projekten arbeiten. Und diese Projekte, die können schon mal mehrere Wochen bis Monate in Anspruch nehmen. Mir persönlich passiert es da häufiger, dass ich dann zu lange an einem Projekt sitze, ein bisschen ausbrenne und mal wieder ein wenig Abwechslung wünsche. Was ich in einer solchen Situation mache, ist, ich beschäftige mich mal eine kurze Zeit mit irgendeiner komplett neuen Technologie, mit einer neuen Programmiersprache oder mit einem neuen Framework. Gucke mir dazu in der Regel irgendwelche Videokurse an und baue dann irgendein kleines Projekt damit. So sorge ich einfach dafür, dass ich ein bisschen Abwechslung habe, immer wieder neue Dinge auch lerne, aber auch die Motivation für mein Hauptprojekt beibehalten kann. Übrigens, wenn du aktuell etwas Neues lernen möchtest, dann ist jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt dafür gekommen, einen oder mehrere unserer Kurse zu belegen. Denn bei unserem Black Week Super Sale erhältst du auf diese bis zu 85% Rabatt und dieser läuft wirklich jetzt nur noch wenige Tage. Schau also am besten gleich mal vorbei, wenn dich da was interessiert. Hast du noch Tipps dafür, wie man seine Motivation beim Programmieren lernen oder beim Arbeiten seiner eigenen Projekte beibehalten kann, dann teile sie doch mit der Community in den Kommentaren. In diesem Sinne war es das dann auch mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß und auch viel Motivation beim Programmieren lernen. Auf Wiedersehen.